Praktisch finde und wie gesagt, es passt ja auch in deinen Sitz. Es passt sogar in deinen Sitz. Es hat jetzt keiner gemerkt, dass ich es hier in deinen Sitz gepackt habe. Aber es ist auf Kamera leider. Ich finde die unglaublich praktischer, weil du eben auch mal stärker motorisierte Fahrzeuge versorgen kannst. Ja, es geht halt darum, dass das stärker motorisiert, aber dass man eben auch...